Was ist die Tastenabteilung? Wie hier, ich habe schon viele Jobs gehabt, aber das ist echt der Geiste bisher, weil jeder hat einfach nur einen blöderen Spruch und dann wird es richtig geil. Welcher Fisch nervt am meisten? Der Stör. Ja, ich spiele ab und zu mal ein bisschen Gitarre, ein bisschen Klavier, Ukulele von meinem Kind und ein bisschen so, was halt so rumliegt. Kochtopf, Nudelsieb, alles da. Hast du es? Ciao.